Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen Einblick in meinen eigenen Schreibprozess geben. Dabei versuche ich möglichst viele Geschichtenmedien abzudecken, ganze Sachen wie Kurzgeschichte, One-Shot und natürlich aber auch mit speziellem Fokus auf dem Buch, also dem Roman, da das hier natürlich das Medium ist, worum es hier am meisten geht. Und das glaube ich auch das ist, was euch am meisten beschäftigt. Ich möchte euch also davon erzählen, wie ich an die verschiedenen Geschichten herangehe, wie ich Ideen entwickle, wie ich eine Geschichte von Ideen auf Papier bringe und wie bei mir so der Schreibprozess abläuft, was ich plane, was ich nicht plane und wie ich dann schreibe. Das erste Medium wird wahrscheinlich die meisten nicht interessieren, aber ich schreibe es, also möchte ich euch davon erzählen und zwar Gedichte. Ich habe mir den Gedichten schreiben so ungefähr vor fünf, sechs Jahren angefangen, nachdem ich Johann König und Heinz Erhard im Fernsehen gesehen habe und diese Art von Comedy wirklich sehr lustig fande und ich dann eben danach auch angefangen habe, hauptsächlich erstmal so kürzere und eben humoristische Gedichte zu schreiben. Ich habe dann aber auch mehr Zeit angefangen eben ernstere Themen zu beleuchten, Sachen die mich beschäftigen. Ich habe dann auch irgendwann angefangen auf Englisch Gedichte zu schreiben und auch Sonette angefertigt, die ich dann versucht habe, so im Shakespeare-Stil zu schreiben, was bei weitem nicht so gut ist natürlich wie Shakespeare selbst. Gedichte schreiben ist bei mir sehr spontan. Also ich setze mich nicht hin mit dem Gedanken, okay, jetzt schreibe ich ein Gedicht und gehe erst weg, wenn das Gedicht fertig ist. Also bei mir ist das relativ frei und kommt meistens nach einem Gefühl. Also meistens habe ich einfach nur eine Emotion oder eine Idee im Kopf, die ich ausdrücken möchte und dann ist mir auch relativ schnell klar, wenn es ein Gedicht sein soll, dann wird es halt ein Gedicht. Und ich setze mich nicht hin nach dem Motto, okay, das soll so viele Zeilen haben, das muss drin sein, das muss drin sein. Bei mir ist das sehr frei. Das heißt, bei mir, dass ich Gedichte einfach so schreibe, wie es gerade kommt. Ich habe keine bestimmten Phrasen schon vorher im Kopf. Ich weiß nicht, wie lange das Gedicht werden wird. Ich habe vielleicht das Reimschema am Kopf, weil ich meistens entweder AA oder ABA schreibe. Aber so wie das Gedicht dann verläuft, ist es relativ frei. Also ich schreibe dann einfach so, wie es kommt und mit der Zeit kommen dann auch so bestimmte Ideen oder Phrasen, wo ich mir denke, oh, die würden an der Stelle ganz gut passen. Und dann versuche ich die einfach einzuschreiben. Also Gedichte schreiben geht bei mir relativ frei von der Hand und beschäftigt mich nicht allzu viel. Das nächste Medium wäre One-Shots, auch abgekürzt OS. Damit werden wahrscheinlich die Fanfiction-Schreiber unter euch am ehesten vertraut sein. Zur kurzen Erklärung, ein One-Shot könnte man so erklären, dass das, man könnte sagen, eine Kurzgeschichte ist, aber oftmals auch viel kürzer ist, weil der One-Shot einfach nur eine kurze Szene erzählt oder ein Gefühl. Also ein One-Shot ist im Prinzip das, was ihr aufschreibt, wenn ihr diese eine kleine Idee im Kopf habt, wenn ihr vielleicht eine Szenerie im Kopf habt oder eine Beschreibung oder einfach nur so Gesprächsfetzen und ihr schreibt das auf. Und das ist dann der One-Shot. Der ist dann meistens nur so 1000 Wörter, wenn überhaupt lang. Das heißt, es gibt One-Shots, die sind dann schon wirklich Kurzgeschichten. Es gibt aber auch One-Shots, die sind dann nur 500 Wörter lang. Bei One-Shots geht es eben eigentlich wirklich nur darum, so im Moment dieses Gefühl oder die Szenerie oder die Idee zu erfassen, die ihr im Kopf hattet. Bei One-Shots mache ich mir auch nicht sehr viele Gedanken, weil, wie gesagt, es ist so eine Szene, die im Moment entsteht. Es ist einfach nur diese kleine Idee, wo man sich denkt, oh, das wäre eigentlich cool, wenn das passieren könnte, wie würde das aussehen und dann schreibt ihr es auf. Ihr habt nicht direkt eine Verbindung zu einer größeren Geschichte oder ihr würdet es vielleicht gerne irgendwo einbauen, aber schreibt es erst mal so auf. Also bei One-Shots stecke ich nicht sehr viel Planung rein. Es ist einfach nur so eine Idee, die ich habe und dann schreibe ich sie einfach auf. Eben weil die Idee auch meistens so kompakt und kurz ist, dass ich mir nicht sehr viele Gedanken darum machen muss, weil ich weiß, aha, ja, so ungefähr würde ich mir das vorstellen und dann schreibe ich das einfach auf. Es geht halt nicht darum, große Pläne zu machen oder zu überlegen, wie kommt er von A nach B und was passiert dazwischen. Das passiert beim One-Shot nicht, eben weil er auch so kurz und kompakt ist. Vom One-Shot kommen wir zur Kurzgeschichte, die sich sozusagen daraus entwickelt. Die Kurzgeschichte ist kürzer als der Roman und als die Novelle, länger als ein Gedicht, meistens auch länger als ein One-Shot und unterscheidet sich vom Roman dadurch, dass weniger Charaktere vorkommen, nicht ganz so viele komplexe Handlungen, dass die Charaktere meistens eher unbekannt sind oder aber einen signifikanten Punkt haben, worauf die ganze Geschichte dann spielt. Die Kurzgeschichte zielt darauf, einen Gefühlspunkt oder einen Gedankenanstoß zu überliefern, was auch der Grund ist, dass viele Kurzgeschichten auf einem Cliffhanger oder einer riesigen Überraschung oder Kehrtwende enden, eben weil man sich als Lehrer dann über diese Geschichte Gedanken machen soll. Die Kurzgeschichte sollte möglichst, wie der Name schon sagt, kurz sein und in einer Sitzung gelesen werden können. Da gibt es dann auch wieder Spektren. Das heißt, es gibt Kurzgeschichten, die sind fünf Seiten lang. Es gibt Kurzgeschichten, die sind fünfzig Seiten lang. Das variiert auch teilweise sehr. Kurzgeschichten schreibe ich sehr gern hin und wieder. Es entspringt meistens aus derselben Idee wie beim One-Shot. Das heißt, ich habe eine Idee oder eine Szenerie in meinem Kopf, die ich sehr gern aufschreiben würde. Entweder weil ich weiß, dass die in keine andere Geschichte passen würde oder eben weil ich mir denke, die funktioniert wirklich sehr gut an sich. Bei Kurzgeschichten mache ich mir keine größeren Planungen, sondern laufe eher so mit der Geschichte mit, während ich sie schreibe. Also bei der Kurzgeschichte habe ich meistens dann eben eine bestimmte Szenerie oder ein Gespräch oder eine Idee im Kopf und darum konstruiere ich dann ein größeres Bild. Das größere Bild ist mir nicht immer zu Beginn bewusst und oftmals kommen bei mir auch kleinere Details und Plotpunkte in der Kurzgeschichte hinzu, während ich sie schreibe. Also ich weiß meistens, wenn ich meine Kurzgeschichten schreibe, wo sie anfangen sollen. Ich weiß nicht immer, wo sie enden, weil manchmal denke ich mir während des Schreibens mehrere enden und überlege, es könnte auf die Art enden, es könnte aber auch auf die Art enden. Manchmal gibt es aber auch den Fall, dass die Kurzgeschichte aus einem bestimmten Ende entspringt. Also dass ich das Ende zuerst im Kopf habe und ich arbeite darauf hin. Die Kurzgeschichte entsteht bei mir relativ spontan, weil, wie gesagt, ich die meisten Ideen erst entwickle, während ich schreibe. Das heißt, es geht los, ich weiß in welche Richtung es ungefähr gehen soll und bestimmte Plotpunkte oder Details oder Charaktere kommen dann meistens dazu. Bei Kurzgeschichten versuche ich meistens eher auf Gefühl zu schreiben. Klar, Charaktere sind auch wichtig, aber mir persönlich geht es in Kurzgeschichten meistens darum, ein bestimmtes Gefühl für diesen kurzen Zeitraum zu übermitteln, weil es einen bestimmten Effekt gibt oder Gedanken, den man ja beim Leser durch diese Kurzgeschichte unbedingt anregen möchte. Das heißt, ich versuche während des Schreibens meistens sehr gefühlvoll, was ein bisschen kitschig klingt, zu schreiben, eben weil ich auf einen bestimmten Effekt hinarbeiten will, den ich durch diese Geschichte erreichen will. Kurzgeschichten, Ideen zu Kurzgeschichten entstehen bei mir auch sehr spontan. Viele Kurzgeschichten sind bei mir mitten im Unterricht entstanden, weil mir irgendein Szenario durch den Kopf geschlossen ist und habe ich angefangen, im Unterricht diese Geschichte zu schreiben, habe sie dann zu Hause weitergeführt. Und es ist einfach nur diese kleine Idee im Kopf, wo man denkt, oh, die ist richtig gut, das muss ich sofort aufschreiben. Und dann entsteht innerhalb von einer halben Stunde eine Geschichte von vier, fünf Seiten. Es gibt durchaus Autoren, die wirklich eine Kurzgeschichte planen, was, denke ich, durchaus richtig ist, wenn man das wirklich sehr ernsthaft und professionell macht. Aber wie gesagt, bei mir persönlich ist es so, dass Kurzgeschichten sehr spontan entstehen und ich sie dann erst später, wenn sie dann niedergeschrieben sind, noch mal überarbeite. Das heißt, ich schaue dann noch mal mit einem professionelleren Blick, sage ich mal, drauf und nehme sie dann ernst und korrigiere kleine Sachen und Plotpunkte und Logik selbstverständlich und da.